Hey, willkommen bei Gitarrentunes. Ich bin Till und heute beschäftigen wir uns mal mit der Frage, was ist eigentlich das Wichtigste beim Gitarrespielen? Der Stein des Anstoßes für dieses Video war ein Kommentar, den Dennis Hohmann unter mein Video über Slides geschrieben hat. Und zwar, ich kann mal kurz vorlesen, schöne Grüße übrigens Dennis. Es ging um eine Frage, wie man auch Slides verwenden kann. Kann ich den klassischen G-Dur-Griff nehmen und ihn bis in den fünften Bund schieben, sliden? Oder soll man solche Spielereien lieber lassen? Fragezeichen, nachdenklicher Smiley. Und das hat viel mit mir gemacht, die Frage, weil meine kurze und klare Antwort dazu ist, auf gar keinen Fall lassen. Unbedingt solche Spielereien immer machen, wenn es auch irgendwie nur ganz kurz Zeit dafür ist. Denn neben diesem also expliziten Üben von Sachen, also er übt einen Song oder er übt eine Technik oder er übt Tonleitern und so. Man hat ja ganz viel Zeit, mit der man einfach so wie ich jetzt gerade da sitzt und mit der Gitarre am Schoß und man hat gar nicht so unbedingt was zu tun. Oder auch wenn man gerade spielt, ist gerade irgendwie so, naja, ich mache jetzt gerade irgendwie mal dies und das. Und man hat eine Idee und diese Ideen müsst ihr auf jeden Fall ausprobieren. Denn entweder ist das eine geile Idee und ihr seid froh, dass ihr sie ausprobiert habt. Oder es ist eine scheiß Idee und dann wisst ihr aber immerhin, dass es keine gute Idee war und könnt nächstes Mal was anderes ausprobieren. Diese kleinen Spielereien sind mit, finde ich, das Allerwichtigste. Es gibt noch ein, zwei andere Sachen. Aber mit das Wichtigste, was ihr überhaupt auf die Gitarre machen müsst und könnt und sollt. Denn so entwickelt ihr überhaupt erst das, was man einen eigenen Stil nennen könnte. Wenn ihr das natürlich gar nicht braucht und sagt, ich will nur so zwei, drei Akkorde schrummeln und dazu singen, könnt ihr gerne machen. Aber sobald ihr so ein bisschen ausprobiert, werdet ihr merken, okay, euch gefallen die Sachen besser als die und das ist vielleicht ein Akkord, der euch besser gefällt als der und ihr findet vielleicht diese Spieltechnik cooler als eine andere. Und wenn ihr jetzt sowas habt, wie zum Beispiel Dennis in dem Fall. So und das darf auch grausig klingen. Ihr könnt auch zwischendrin, also ich mache das viel, ich sitze oft einfach da und spiele einfach irgendwas oder lege meine Finger einfach mal irgendwo aufs Griffbrett und gucke, wie das dann klingt. Und das klingt die meiste Zeit nicht so wahnsinnig gut, aber zwischendrin auch immer mal sehr, sehr cool. Und ich komme dann auf coole Ideen und coole neue Gedanken und geile Griffe und überhaupt das, was Gitarren spielen, finde ich überhaupt erst interessant macht. Sowas wie, wenn ich jetzt ein A-Moll habe und ich schiebe das A-Moll zwei Bünde nach oben und ich denke mir auch, wie weit kann ich denn gehen? Und denke mir, hier wäre es aber eigentlich geiler, wenn ich die tiefe E-Seite als Bass-Ton nehme. Und schon habe ich. So und ohne einfach mal einen Akkord zu nehmen, den einfach mal zu verschieben und rumzudaddeln und rumzuprobieren und irgendwie Crap zu machen, wäre ich dann natürlich im Leben nicht drauf gekommen. Außer ich finde, dass mir durch Zufall mal in einem Song irgendwie über den Weg gelaufen. Aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Und deshalb mein erster Ratschlag an euch, worum es auf jeden Fall zu 100 Prozent beim Gitarre spielen geht. Probiert Sachen aus, weil man weiß vorher nie, wie es klingt. Man weiß nie, wo man am Ende landet. Das ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt beim Gitarre spielen, damit es Spaß macht. Und da sind wir gleich beim zweiten Punkt, denn Gitarre spielen muss auf jeden Fall Spaß machen. Das hat ein paar offensichtliche und ein paar weniger offensichtliche Gründe. Die offensichtlichen Gründe sind natürlich, es ist Musik, es ist ein Instrument, es ist wahrscheinlich für die allermeisten von euch auch einfach ein Hobby. Und ein Hobby soll natürlich Spaß machen. Ihr sollt euch natürlich nicht immer die ganze Zeit knechten mit irgendwelchen Tonleitern und irgendwelchen Songs und irgendwelchen Quatschen, die ihr gar nicht machen wollt. Das heißt, es soll natürlich Spaß machen. Das ist ja eure Freizeit, in der ihr einfach Gitarre als Hobby praktiziert, was dann auch schön sein soll und einfach ein gutes Gefühl geben. Aber es gibt noch zwei andere, die so ein bisschen aus der Lernpsychologie kommen. Und zwar das eine ist, es gibt einen Begriff, der nennt sich Selbsterschöpfung. Und Selbsterschöpfung ist das, was passiert, wenn ihr Dinge tun müsst, auf die ihr eigentlich keine Lust habt. Es ist nämlich so, dass ihr über den Tag verteilt so einen gewissen Pool an Energie habt, so ein gewisses Konto an Energie. Das ist bei manchen mehr, bei anderen weniger. Aber ihr habt so einen Betrag pro Tag, den ihr raushauen könnt. Und wenn ihr lauft oder wenn ihr denkt, es braucht immer alles einen gewissen Anteil an Energie. Und wenn ihr euren Willen anstrengen müsst, weil ihr zum Beispiel jetzt eine halbe Stunde lang Tonleitern übt, obwohl ihr keinen Bock auf Tonleitern habt, dann habt ihr nicht nur, dass ihr die Tonleitern üben müsst als Energiekosten, die ihr von dem Konto bezahlen müsst, sondern auch den Willen, den ihr aufbringen müsst, um euch dazu zu zwingen, das zu tun. Das heißt erstens, ihr verbrennt mehr Energie, die ihr für was anderes verbrauchen könntet und seid dann früher erschöpft und habt früher keine Lust mehr, Gitarre zu üben. Und das ist ja doof. Und zweitens ist es natürlich auch ein psychologischer Effekt, weil ihr dann mit dem Gitarrespielen auch immer was Doofes verbindet, weil dann habt ihr perspektivisch auch einfach weniger Lust zu üben, weil üben dann immer bedeutet, ich muss jetzt ja wieder irgendwas machen, weil ich eigentlich nicht machen will. Und ich muss ja, wenn ich Gitarre übe, dann habe ich ja immer zehn Minuten Tonleitern üben mit drin. Also macht unbedingt Sachen, die euch Spaß machen. Das klingt wie eine Binsenweisheit, aber es ist wirklich das Allerwichtigste beim Gitarrespielen oder generell auch beim Lernen, aber grundsätzlich auch erstmal beim Gitarrespielen. Der zweite Punkt, der auch aus der Kognitions- und Spass haben. Das klingt jetzt doof, aber ihr müsst wirklich, um lernen zu können, müsst ihr Spaß haben. Denn dann werden überhaupt erst im Gehirn, ist es so, wenn ihr was lernt, werden neue Nervenbahnen gebildet. Dafür braucht es ein gewisses Eiweiß, das gebildet werden muss. Und dieses Eiweiß wird leichter gebildet oder überhaupt erst gebildet bei einer positiven Emotion, also bei Begeisterung oder bei Freude oder bei irgendwas, was schön ist. Also wenn ihr einen positiven Energieschub bekommt, dann ist es leichter, diese Nervenbahnen auszubilden. Wenn ihr die ganze Zeit schlechte Laune habt und ihr habt das, was ihr macht, macht euch keinen Spaß, dann könnt ihr auch keine neuen Nervenenden und Nervenstränge in eurem Hirn ausbilden. Das heißt, ihr lernt nicht. Ich meine, klar, jeder hat in der Schule schon mal Sachen gelernt, die man dann irgendwie konnte, aber mal im Ernst, das war nach zwei Wochen dann spätestens alles wieder weg. Und die Sachen, die einem wirklich Freude gemacht haben und die, oder die uns Freude machen und die wirklich schön sind und die wirklich toll sind und die uns begeistern, muss man einmal hören, sind für immer da. So, das kennt jeder von uns, das kennt jeder von euch, das kenne ich, den Effekt. Und deshalb mein Appell oder mein Fazit grundsätzlich zu der Frage, was ist das Wichtigste beim Thema Gitarre spielen? Macht unbedingt nur das, was euch Spaß macht oder sagen wir mal zum größten Teil das, was euch Spaß macht. Ich sage mal, wenn ihr so bei 80, 90 Prozent seid und nur die Sachen übt, auf die ihr Bock habt, dann seid ihr auf einem guten Weg. Man kann natürlich auch sagen, okay, ich habe jetzt nicht so Lust auf Tonleitern, aber mach jetzt mal mit rein, weil braucht man ja irgendwie auch. Aber das muss sich in einem guten Verhältnis bewegen. Also ihr müsst wirklich, um überhaupt lernen zu können, Sachen üben, auf die ihr Bock habt. Ich habe euch zu den Sachen, die ich gerade so erzählt habe, noch ein paar Quellen in die Videobeschreibung gepackt. Da könnt ihr ja mal reingucken. Das sind ein, zwei Bücher oder ein, zwei Arbeiten. Und wenn euch das interessiert und ihr da ein bisschen was zu lesen wollt, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit dem Video und ich konnte euch ein bisschen in eine gute Richtung stoßen, wenn es ums Gitarrespielen geht. Wenn ihr Bock habt, auch noch mal Videos zum Thema Gitarre. Checkt meinen Kanal, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da, schreibt mir Kommentare, wenn ihr Wünsche oder Einregungen habt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. . . Untertitelung des ZDF, 2020